Schau mal, wer zurück ist. Was willst du denn hier? Ich hab ein paar Fragen an dich. Du wirst auf jeden Fall nicht zocken, das kannst du dir abschmecken. Was, denn Säurestoff ein Gift ist und es uns langsam umbringt. Jetzt geh mir bitte nicht mit so einer Scheiße auf den Sack. Genau jetzt bist du jünger als du jemals sein wirst, aber älter als du jemals warst. Junge, ich hab gesagt, du sollst deinen Maul halten. Wie können wir wissen, dass wir bis 5%... Nee, Digger, jetzt reicht's. Ey, Junge, du bist so kacke, Alter. Moin, Meister, oh nein, kann ich nein, aber nein. Lass uns eine Runde Dart spielen und der Gewinner darf zocken. Sicher, dass du das willst? So, pass auf, ich zeig dir, dass mein Land wirft. Jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Hey, Großer. Moin, Meister, du willst eh wieder nur zocken. Weißt du was, ich zeig dir was viel cooleres als zu zocken. Ich zeig dir einen Zaubertrick. Ja, okay. Pass auf, ich lass jetzt diese Münze verschwinden. Das wird niemals funktionieren. Hex, Hex, die Münze macht einen Abflug. Und jetzt ist die Münze weg. Was? Ene Mene Mai, zauber die Münze herbei. Ha, reingeguckt. Was? Moin, Meister. Was ist los? Ich war gerade im Garten und da war ein Vogel und dann hab ich mit dem Angry Birds gespielt. Warte, du hast was? Naja, ich hab den Vogel genommen und dann hab ich den mit meinem Katapult halt weggeschleudert. Und was ist dann passiert? Ja, und dann ist er halt voll in die Hauswand geknallt. Lebt der Vogel wenigstens noch? Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist eine Feder. Alles klar. Ja. Ich spiele auch immer mit unserem Vogel Angry Birds. Ey, Junge, was machst du, Alter? Moin, Meister. Was? Können wir Fußball spielen, Grin? Nein. Och, na, no. Du gehst mit dem Fußball spielen. Haben wir uns da verstanden, Freundchen? Ey, ja, okay. Ja, Fußball. Na, dann zeig mal, was du drauf hast. Oh, nein. Na, warte. Moin, Meister. So, Chef, jetzt gibt's eine Revanche. Wer zuerst die Latte trifft? Haha, du hast keine Chance. Ach, du, Freund, ich will schlafen. Ha, der hat aber noch einen langen Flug vor sich. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Oh, der kommt wieder zurück. Ey, Junge. Moin, Meister. Was willst du? Ich hab wieder ein paar kranke Facken für dich. Och, nein, bitte nicht. Denn die Stimme in deinem Kopf du selbst bist. Wer hört dann die ganze Zeit zu? Warte mal, was? In den ersten acht Jahren unseres Lebens benutzen wir mehr Kleele als in unserem ganzen Leben. Och, Digga, bitte sei ruhig. Gradiergummis sterben Stück für Stück. Ich hab gesagt, du sollst dein Maul halten. Komm her, du Knecht. Du dummer Huren. Was? Moin, Meister. Heute werde ich endlich Playstation spielen. Haha, und wie willst du das machen? Digga, versuchst du mich grad echt wie bei Star Wars zu würgen? Wie machst du das? Oh mein Gott, es hat geklappt. Ha, verarscht. Huh? Bist du Kacke? Moin, Meister. Musst du mich jeden Tag nerven? Ich will eine Revanche. Lass uns eine Runde Dart spielen. Du willst wirklich nochmal gegen mich Dart spielen? Ich habe geübt und diesmal hast du keine Chance. Ha, wenn das so ist, dann zeig mal her. Diesmal spiele ich sogar mit verbundenen Augen. Oh mein Gott, warum trifft der alles? Ich muss schnell die Pfeile umstecken. Ha, du hast nichts getroffen. Oh Mann, oh. Hey Chef, ich hab noch was vergessen. Hinter dir, Junge. Moin, Meister. Ein weiterer Tag, wo du mich nicht in Ruhe lassen kannst. Schön, einfach schön. Ich hab jetzt hier was zu sagen, also gib mir den Controller. Eier, nein. Ich einen Zauberstab habe. Du glaubst doch nicht mehr, dass ein Zauberstab funktioniert. Ich glaub, du solltest es nicht drauf ankommen lassen. Tja, wir sind ja nicht in Harry Potter. Da hinten ist ein hässliche Fliege an, der hat der Controller kommt jetzt in meine Hand. Ja. Herunum. Funktioniert echt super, du. Dafür funktioniert die hier umso besser. Du bist so schlecht. Moin, Meister. Entschuldigung, wer sind Sie und was machen Sie in meinem Zimmer? Ja, Jugend, doch erstmal. Ich bin der Günni von der Polizei. Für dich geht's jetzt ab ins Gefängnis. Wie ich höre, sollen sie den jungen Knaben zu meiner Linken öfters körperlich verletzt haben. Demnach liegt deine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung vor. Hände hoch. Aber sie können mich doch jetzt nicht einfach festen. Jetzt sag ihm, dass das nicht stimmt. Ich darf keine Lügen erzählen. Da fliegt ein aufgegessenes Butterbrot. Oh, du, ich hab noch gar nichts gegessen. Und jetzt zu dir. Ey, Junge, hinter dir. Moin, Meister. Was willst du? Ich will Fußball spielen und du weißt, was das heißt. Wenn du Nein sagst, dann rufe ich deine Mutter. Hast du ein Glück, dass ich sonst Ärger kriege? So, Chef, ich mach jetzt erstmal eine Trinkpause. Fred, zu Cristiano Messi. Ach, nee, bin ich schon wieder. Na, warte, wenn ich dich erwische. Hallo? Moin, Meister. Komm mal ganz schnell in die Küche, es brennt. Was, die Küche brennt? Oh, mein Gott, wer ist nicht da? Ich kann endlich zocken. Oh, mein Gott, endlich. Die Küche brennt doch überhaupt nicht. Der hat mich verarscht. Nein, 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 nein. Warte, ich kann dir was erklären. Haha, Digger, wie schlecht bist du denn? Moin, Meister. Was willst du? Können wir wieder eine Runde Fußball spielen gehen? Wehe, du schießt mir jetzt aber ins Gesicht. Schau mal, eine Schatzkarte. Wo die wohl hinführt. Wir müssen nach da hinten. Ha, reingeguckt. Komm her, du Knecht. Ihr seid alle so schlecht. Moin, Meister. Was ist denn das? Haha, das ist mein neuer Stift, mit dem kann ich mich direkt teleportieren. Guck. Wow. Was hältst du hier von? Du gibst mir den Stift und dafür bekommst du diesen Control und dann kannst du... Was? Echt? Wow. Der funktioniert ja gar nicht. Dein Controller ist kaputt. Ey Mann, Alter. Moinsen, Meister. Junge, was? Kann ich endlich mal zocken? Nein, du kannst nicht zocken. Hm, du hast ja eine Wii. Lass uns eine Runde Bowling spielen. Und der Gewinner darf für immer PS4 spielen. Haha, du willst gegen mich Wii spielen? Na, dann mach dich auf deinen Untergang gefasst. Was ist denn jetzt passiert? Supergroßer, toll. Jetzt gib mir her, das Ding. Jetzt wird verwunden in den Augen. So, Großer, ich glaube, wer der Gewinner ist, ist deutlich. Warum? Haha. Ey Mann, Alter. Moinsen, Meister. Junge, was? Kann ich endlich mal zocken? Nein, du kannst nicht zocken. Hm, du hast ja eine Wii. Lass uns eine Runde Bowling spielen. Und der Gewinner darf für immer PS4 spielen. Haha, du willst gegen mich Wii spielen? Was ist denn jetzt passiert? Gib mir her, das Ding. Jetzt wird verwunden in den Augen. Warum? Haha. Moinsen, Meister. Was willst du? Ich will PS4 spielen. Ey Junge, du wirst niemals plötzlich spielen. Dann lass uns eben heute Golf auf der Wii spielen. Und wenn ich gewinne, darf ich endlich Playstation spielen. Du willst wirklich nochmal gegen mich Wii spielen? Na dann, Abfahrt. Haha, ich mach dich fertig. Zeig doch mal, was du für ein Golf-Profi bist. Na warte, wenn ich dich kriege. Tu mir leid, tu mir leid. Komm her. Boi, Meister. Meister? Der ist ja überhaupt gar nicht zu Hause. Ha, dann kann ich endlich mal zocken. Was machst du da? Ich will, ich will, ich kann mir das erklären. Das tut mir leid. Du weißt, was das heißt. Komm her, du Knecht. Moinsen, Meister. Was willst du? Jetzt lass mich endlich mal Playstation spielen. Junge, lass mich mal in Ruhe. Sonst bekommst du gleich den. Da hinten steht eine Oma. Ich schlag dich gleich ins Komaschlag in die Fresse, du Arschloch. Ich glaube, ich schlag eher dich. Loser. Das macht mir gar nichts. Das macht mir gar nichts. Das macht mir gar nichts. Das macht mir gar nichts.